Um diese Frage zu beantworten, braucht es ein bisschen länger, weil einfach noch so viel Ungeklärtes ist, was noch nicht zu ihr. Diese Frage bekomme ich hier jedes Mal und es interessiert euch wirklich, kann ich auch nachvollziehen, auch mit meinem Cousin Arschraff. Aber ich glaube, es muss erst mal untereinander geklärt werden, bevor man irgendwas da draußen klärt. Total nachvollziehen, weil wir haben das in der Öffentlichkeit ja auch gezeigt, dass wir uns alle sehr gut verstehen. Und jetzt gibt es halt die zwei, die auf einmal Bros sind und keiner versteht die Welt. Das kann ich alles nachvollziehen, aber ich glaube, das ist so ein Thema, wie gesagt, das muss untereinander geklärt werden, bevor es dann draußen ausgetragen wird, weil es ein anderes Level ist. Da ist auch mitten drin eine Familie. Und wie gesagt, am Ende des Tages muss jeder wissen, was er tut. Sie kamen von mir behaupten, ich war eine sehr gute Freundin, ich war eine sehr gute Cousine und ich habe nie jemandem was Schlechtes getan oder gewollt. Und bis dato wünsche ich beiden das Beste auf der Welt.